Ihr zockt zackt und rumpelt mit der Community. Ich mach euch alle fertig. Huch, ah, verdammt. One, begin. Und damit herzlich willkommen zu einer Runde Xonotic. Wir spielen Team Deathmatch und zwar auf einer schneigen Weihnachtskarte. Und wie ihr seht, ich glaube, ich muss mal gerade bei mir noch den Ton etwas leiser machen, damit das hier nicht zu laut ist. Ich gehe in derweil mal in Rot rein und fange schon mal zu ballern. Genau, ihr habt gerade den Mad-Eye gehört, wie er auf seinem Xylophon ein Ständchen gespielt hat. Und ich bin jetzt auch in Rot drin und es geht los und es ist unglaublich voll. Wie ihr seht, wir haben wieder richtig viele Leute hier und es ist vor allem eine krasse Mangelware an Waffen hier vorhanden, muss ich sagen. Also, ich sehe fast keine... Oh, den Gronkh-Fan habe ich umgebracht. Sehr gut. Und wie ihr seht, liebe Freunde, wir sind hier in Full HD. Der Weihnachtsmann war schon bei mir da. Und bei Full HD bin ich abgestürzt, alter Schwede. Ich habe es nicht vertragen, aber es ist ja wundervoll. Ja, ne? Wir sind... Darth Hossi. Darth Hossi. Darth Hossi. Wie er das ja schon mal gesagt hat. Er ist nicht der Darth Vader, sondern der Darth Hossi. Und wir haben das immer falsch ausgesprochen. Da hat er sich schon beschwert. Ja, ich habe mich bemüht. Ich habe alles getan, was ich konnte. Oh, den Gronkh-Fan zum zweiten Mal umgebracht. Wer ist das hier? Helio-Zestus. Ah, Lackfisch. Au revoir. Lackfisch? Lachs, oder? Lackfisch. Lachs? Ah, der mit. Lachsfisch? Lachsfisch, ja. Ich lese, wenn ich gleich mal sterbe, dann gucke ich nochmal nach. Aber das wird bis Ende des Matches wirklich passieren. So, und wir haben... Ah! Ah, der Darth Hossi. Da war es wieder um ihn geschehen. Wir spielen diese Karte in einem Team-Deathmatch. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und wir spielen das auch tatsächlich jetzt gerade nicht zum ersten Mal, sondern schon zum dritten Mal, ne? Weil nämlich bei dieser unglaublichen Menge an Kriegern hier, Leslie Nessa, Hallöchen, geht einfach der Counter so schnell nach oben, dass wir... Zuerst hatten wir 30 Frags als Limit. Danach habe ich dann 150 Frags als Limit eingestellt. Und da sind wir trotzdem irgendwie in zwei Minuten durchgewiesen. Deshalb habe ich das jetzt auf 666 Frags gestellt. Mal schön weihnachtlich. Und mal gucken, wie lange das dauert, bis wir diese unglaubliche Anzahl erreicht haben. Wir haben ein Minimum, ein Maximum von 20 Minuten Zeit. Hier gibt es Leute, die tatsächlich immer noch Zeit haben zu... Ah! Ah! Zu tippen. Das ist echt der Hammer. Ich glaube, wir sind bei 110. Ah, das ist gut. Wir sind bei drei Minuten. So. Arienari habe ich weggemacht. Ja! Ja! Das war ein Weihnachtsgeschenk. Alter Schwede! Und da ist die Jessica. Jessica ist, glaube ich, eine gute Freundin von Arienari. Sind beide im gegnerischen Team. Das ist natürlich nicht gut. Ja, ja. Echt auch? Oder kennen die sich? Haben die schon mal... Ah! Ich glaube, die trainieren immer zusammen. Wuhu! Beinahe runtergefallen, aber eben dann doch nicht. So, wer ist das hier? Bisschen lag das ja bei manchen Leuten. Das ist auch so ein bisschen die Karte. Ich glaube, die... Oh! Leslie Nessa! Hallöchen! Zum zweiten Mal. Au! Ich habe eine gute Waffe. Ja? Ich bin eine gute Waffe. Alter, dann hol dir eine gute Position. Leslie Nessa ist schon wieder mit der rechten Maustaste weggemacht. Ah, ist aber schon wieder leer. Momentan ist es echt so, dass ich mehr Leute mit der rechten Maustaste wegmache, als mit der linken. Ja, auf jeden Fall. Ist doch... Man braucht einfach nur den Haufen rein. Aber, äh, jetzt mal... Oh, ich habe eine perfekte Waffe für diese ganzen Haufen. Das ist super. Oh, wenn ich jetzt nicht sterbe, ey. Boah! Zwei Frags gemacht gerade. Und zwar diese, ähm, Energiewaffe, weißt du? Die wir früher immer so verflucht haben. Die ist jetzt natürlich extrem geil. Oh nein! Ich falle! Nein! Ah! Verdammt! Warum sind die so schnell weg? Ah, hier nicht tippen, mein Freund. Hier wird nicht getippt, hier wird ausgepackt und ausgeteilt. Aber ich muss ja sagen... Leslie Lesser! Das Spiel, das Spiel an sich, oder auch dieses Match, ist natürlich voll in der weihnachtlichen, in der weihnachtlichen, ähm, ja, Prämisse irgendwie, ne? Oh! Hab ich da wieder rausfallen? Voll weihnachtlich, weil... Ja! Geil, ey! Weil, weil... Ja? Geben ist seliger denn nehmen. Da ist es doch... Hast du die Biele gelesen, oder was? Ja, genau, nee. Das ist hier voll weihnachtlich. Oh, Jessica, da hab ich sie jetzt tatsächlich mal gekriegt. So, jetzt lauf ich einfach mal hier durch. Ah! Ah, ich hab sie, glaub ich, noch weggemacht. So, wir sind bei 200 Frags im roten Team und bei... Uh, da hab ich jetzt grad viele gemacht. Ich bin an zweiter Stelle in unserem Team, Alter. Ja, wie kommt das denn? Ah, die Arienari hab ich schon wieder weggemacht und die kleine Pico auch. Ah, geil. So, 215, 216 und jetzt 217. Oh, nee, 222. 222. Es geht so schnell hier. Ey, da schießt mich einer vom eigenen Team an. Absolut, der hat so nicht gerafft, dass er im roten Team ist anscheinend. Oder dass wir Team-Defmets spielen. Tommy Meiler ist immer noch nach wie vor Nummer 1 in unserem Team. Aber da komm ich direkt an zweiter Stelle. Oh. Abgeknallt. Index 6x. Ah ja, abgeknallt. Das ist auch nicht ohne. Leslie! Die Leslie hab ich schon öfter umgebracht, diese Runde hier. Und die kleine Pico. Auch schon öfter umgebracht. Oh, Index, x, x. Nee, da ist noch eine 3 dazwischen, ne? Ah. Äh, ja, das kann sein. Index 6x. Ja, ist aber das E. Aber... Der Lachsfisch. Machst du da. Kann hier zu fällen. Oh, dammit. Alter. Wie ist die jetzt? 260. Wir müssen jetzt ein wenig ranhalten, ey. 666 Fracks wirst du erst mal zusammenkriegen. Aber das lässt sich ganz gut an, oder nicht? Ja, aber ich frag mich, ob sie jemals so ein fieses Match gegeben hat auf einem Xonotix-Server. So viele Leute, so viele Fracks, so viel Tod und das an Weihnachten. Wer weiß es. Der Server brennt. So ein bisschen... Äh, ich hab hier noch dieses Unscharf eingestellt. Hast du das eigentlich drin oder nicht drin? Das kann man ja nicht... Nee, ich hab das nicht drin, ne? Ja, das ist ja fast so ein bisschen, äh, Cheatinger, ne? Wenn man das rausnimmt, beziehungsweise wenn man das reinnimmt, dann macht man sich so ein bisschen ein Handicap rein. Also ich hab auch schon blutverschmierte, äh, Sicht dann. Ah ja, okay. Aber nicht hart. Oh, ich hab Raketenwerfer gekriegt und bin tot. Ich hatte einen Gronkh-Fan vor der Flinte. Ja, den hab ich auch grad vor der Flinte gehabt, aber ich hab ihn nicht weggekriegt. Oh, ich stürze ab, ich stürze ab, nein! Aber wir sind inzwischen bei 300 Frags angelangt. Ein Lachsfisch. Von dem Tier, dem Fisch, von dem Fisch aus dem Wasser. Ach, Mann, die schicken mich immer nach unten. Das ist voll unfair. Oh, zum zweiten Mal, dass sie mich weggemacht haben. So, next. So eine geile Soundcollage. Das stimmt. Übrigens, falls ihr hier so Musik drunter hört, die ihr nie bei Xonotic gehört habt, dann liegt das daran, dass ich, äh, nochmal welche, äh, getrennt eingespielt hab. Ah, zwei Frags hab ich da doch nochmal hingekriegt. Oh, hab ich jetzt grad richtig gesehen? Die, die Blauen haben aufgeholt. Ja. Alter, müssen wir uns ranhalten. Das ist total knapp. Ja. Wir können jetzt nicht mehr labern. Wir müssen uns jetzt hier mal konzentrieren. Oh Mann, komm her. Kleine Pico hab ich weggemacht. Alter Schwede, wir sind wieder, äh, vorn auf. Aber alter, das ist richtig anstrengend jetzt gerade. Wuhu. Ich hab nur noch 19 Leben. Hier steht alle auf meiner Liste. Kleine Pico, nochmal. Irgendwie hab ich, äh, ziehen die mich magisch an. Oh, auf der Seite ist mehr los. Oh, dammit. Aber mir flackert der verdammte Bildschirm noch. Kleine Pico, oh, war wahr. Ich glaub auch, ich hab grad einen epileptischen Anfall, glaub ich. Ach, das ist der schon, der Anfall, ne? So, jetzt füllen wir wieder mit, äh, vier oder fünf Fracks, aber so richtig ausruhen kann man sich da ja auch nicht, ne? Ne, voll nicht. So, ich hol ihm jetzt mal eine andere Waffe. So, mal gucken, ob ich damit was reißen kann. Ah, ja, ja, Lachsfisch. Der macht ja auch einen schönen Seil für mal, wenn er stirbt. wenn, wenn, wenn Avatar stirbt. Der macht ja auch einen schönen Seil für mal, rückwärts. Perum. Oh, Mann, da ist doch der, oben, der, der, der ruht sich hier aus und trackt die ganze Zeit. Da sitzt einer oben drin. Oh, nein! Oh, 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 Zen, du packst du mich schon meine Geschenke nicht aus. Gronkh-Fan ist auch wieder weg. Au revoir. Ah, die Arena habe ich auch klein gemacht. So, 400 Fracks und noch nicht mal die Hälfte der Zeit weg. Das ist doch gut. Das heißt, wir können das schaffen mit 666. Ich glaube an euch. Kaninchen-Fan alias Dillen. Winno! Oh, ich habe, Helio Cestus. Ah! Juhu! Bam! Darth Hossi, Lachsfisch. Das geht hier. Kleine Piku schon wieder, ey. Alter, wie oft ich die umgebracht habe. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, meine Plemme war leer. Sonst hätte ich hier... Recht am Ausblick. Einfach recht am Ausblick. Schon wieder die kleine Piku. Was geht denn da ab? Alter Schwede. So, komm her. Oh, da fiel jemand runter. Wiko. Oder Wiko. Die... Ah! 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 Nein! Ah, verdammt, verdammt. Ah, aber ein geiles Match, muss ich sagen. Macht richtig Laune gerade. Ah! Meine Lieblingswaffe. Kaninchenfell. Ah, Damage. Da hat mich jemand weggemacht. Mit der Lieblingswaffe? Ja, äh, der war im Rücken. Kommt her. Ah, Marlen. Oh, hab ich das jetzt mal richtig ausgesprochen. Das hat die mir nämlich auch schon auf Facebook geschrieben. The Zeldwin. Oh, dammit. Ich komm aber an Tommy Meiler irgendwie grad nicht ran. Der ist irgendwie besser. Lachsfisch. Komm her. Oh, nein. Oh. Oh, das geht hier so schnell. Kommt her. Bleibt doch mal stehen, Mensch. Oh, man, oh, 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 aufstellen und nicht schießen. Nein. Nicht mich runterkicken. Was ist denn da los? Ah, so, 480, also fast 500 Fracks haben wir gemacht. Oh, ich hab den Raketenwerfer bekommen. Arienari gefragged und den Index gefragged und den Zeldwin gefragged und tot. So schnell geht das hier. Komm her. Oh, dammit. Gibt's ja nicht. Aber dafür, dass wir so viele auf diesem Server sind, ist der Ping echt noch ganz okay, muss ich sagen, mit 80. Ist natürlich ein bisschen langsamer, als man so das gewohnt ist. Ich hab hier irgendwie nur, so ein, so ein rot, rot-blaues Rauschen. Ja, äh, ich auch. Oh nein, nicht, nicht so eine Waffe. Ah, dammit. Oh nein, die Blauen haben aufgeholt. Die Blauen haben aufgeholt. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Gleichschuldigung. Zwei vor. Ah, ich hab geholfen. Durch Gronfell hab ich geholfen. Ich hab's leider noch gar keinen gekriegt gerade. Jetzt, Lachsfisch. Juhu. Sterbt. Wimmo. Nein, die Blauen sind immer noch vorne. Kleine Piku. Die Blauen sind vorne. Das gibt's doch nicht. Was? Kleine Piku nochmal. Kaninchenfell. 100 Frags haben wir noch. Wikoro. Leslie Nessa. Oder dass du die alle noch vorlesen kannst. Florian 1996. So, komm, das muss jetzt gehen. Das muss jetzt... Nein, die sind immer noch vorne. Das gibt's doch nicht. Komm schon. Mal in Raw. Ah, dammit. Wir sind wieder vorne. Und ich bin ganz vorne. In unserem Team jedenfalls. Hatst du den Launcher, ne? Schön. Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich hab in der Shotgun, glaub ich, sogar, hab ich das gemacht. Lachsfisch. Leslie Nessa. Jetzt hab ich auch ein paar noch weggemacht. Sehr gut. Mach weiter so. Weitermachen, bitte. Kaninchenfell. Da ist Ossi. Ah, Leslie Nessa. Index. Oh, jetzt bin ich auch weg. Oh. 588. Alter, das wird jetzt richtig knapp. Lachsfisch. Nein. Nein, nein, nein. Oh, wir helfen ja auch immer dem Team. immer, Jessica. Immer, wenn wir jemanden wegnehmen, wegmachen, dann helfen wir dem Team, im Endeffekt, ne? Also, nicht nur wegmachen, sondern auch anschießen. Der Tommy Myler ist abgerutscht hier. Kaninchenfell, fällt runter, den krieg ich. Jawohl. Denn, wenn jemand runterfällt oder man jemanden runterkickt, dann kriegt man den Frag, tatsächlich. Ah, das Helmin hab ich, äh, weggeschickt. Oh, das Teil der Fall. Kleine Pico und Jessica. Lachsfisch. Oh, der HB Baxter hat mich überholt in unserem Team. Sehr gut, HB Baxter. Index. Kronk-Fan. Au, ich, ha, mach mir zu. Alter, ich hab so wahnsinnig viele mit der rechten Maus zu weggemacht. Veseli. Au revoir. Kaninchenfell. Oh, der Baxter, an den komm ich nicht mehr dran. Gerade, oh, das ist ja toll. Ich hab ne richtig geile Knarre hier. Ah. Und betont. Wimmo. Wimmo. Wimmo hab ich auch weggemacht. Wimmo, haben sie das Ems gewesen. Emsse? Oh, ja, ich glaub schon. Wenn ich das richtig gelesen hab. Aber, äh, so ich das kenne, wird Selduin, äh, werden wir uns immer korrigieren. Wachsfisch. Boah, 3-Fix-Name? Ja, 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 wir haben es geschafft. Der HW-Bax hat mich noch überholt. Im letzten Moment mit einem Frack. Ich hab 84 Fracks gemacht. Alter, was für ein Spiel. Super geiles Spiel. Insofern frohe Weihnachten und wir sehen uns wieder beim nächsten Special, Weihnachts-Special. Bis dahin, Freunde. Tschüss. Tschüss.